Ich habe mich geheilt. So, kann auch gerne nochmal nachschauen. Aber ich meine, ja, sieht geheilt zumindest aus. Aua. Daumen hat geknackt. Komm mal auf. Fühlt sich gerade eklig an. Hä? Ich werde alt. Er knackt es einfach so. Ohne Grund. Egal. Och ne, jetzt sind diese ganzen schönen Tiere wieder gerespawned oder was? Oh ne. Oh ne. Oh ne. Och man, na gut. Okay. Von mir aus. Blöde Metallkäferse. So, einer ist glaube ich tot, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder? Äh, jetzt ist einer tot. Einer ist weggeflogen. So, zwei sind tot. Manchmal blicke ich bei dem... Hey. Lässt meine Feena in Ruhe. Die wird hier... Hä? Wieso kriegen jetzt beide Mädels einen auf den Deckel? Was ist denn das für ein Scheiß? Komm mal auf, du Kackvieh. Manchmal verstehe ich das mit diesem Kämpfen nicht. Das ist irgendwie immer sehr unübersichtlich. Finde ich. Gerade wenn es so viele Gegner sind. Sehr unübersichtlich. Aber okay. Ja. Wurscht. So, ähm. Die gute Sue bekommt als nächstes das Level ab. Dauert aber noch... Boah. 300. Ne, 400 noch was. 400 noch was. Habt jetzt nicht ausgerechnet. Ist zu spät zum Ausrechnen. Was heißt zu spät? Es ist Freitag. Ich mag jetzt nicht mehr rechnen. So. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier... Ja, das sieht offiziell aus. Ich gehe auch mal hier hinten lang. Ich glaube, wenn ich hier hinten lang gehe, dann... Gehen Sie weg. Komme ich vielleicht zu dem Diamant. Nein? Was ist das denn? Ein Brot? Was bist du? Ein Brot. Lebenssamen. Sehr gut. Du achstest nicht auf die Leiste. Je nachdem, wo die Gegner stehen, oder? Doch, ich achte schon da drauf. Aber manchmal ist es eigentlich auch egal. Manchmal ist es egal, wo die Gegner stehen. Hauptsache... Hauptsache ein Ruf, Nüschel und Todmann. So. Mit der guten Sue werde ich dann gleich erstmal die Party heilen. So. Und außerdem, ich brauche manchmal eigentlich gar nicht darauf zu achten, weil... Das Spiel wählt für mich schon den nächstmöglichen Gegner zumindest aus. Ich meine, klar, die stehen zwar ein bisschen weiter weg, aber... Also, die stehen zwar weiter weg, aber sie sind eher dran. Und deswegen muss ich halt eben immer durch Gegnerhorden rennen. Wie ist halt so. Okay. Sue macht einmal eine Heilung. Taktisch ist das ja schon wichtig, ob der Charakter laufen muss oder nicht. Ja, aber wenn ich den Gegner totmache, der mich eher angreift... Ist das, ähm... Manchmal sinnvoller. So. Okay. Lähmungsflüssigkeit. Wenn ich den totmache. Ja. Bin der Totmacher. Oh Mann, ey. Was macht ihr denn da rumgekreufe hier? Äh... Ich greife mal den da an. Der ist am nächsten jetzt. Ja, super. Oh Mann, blödes Vieh. Äh... Hier, mach mal den da platt. Der steht direkt hinter dir. Au. Ist schon wieder ein Durcheinander hier. Weil die halt alle gleichzeitig angreifen können. Deswegen bringt mich das immer so durcheinander. So. Ne? Weil man sieht halt nicht immer alles. Und das ist halt eben so ein bisschen problematisch. Es ist ein anderes Kampfsystem als jetzt bei Legend of Dragoon oder Final Fantasy 7. Deswegen, äh... Ist es manchmal ein bisschen verwirrend. Weil wie gesagt... Man sieht halt nicht den kompletten Bildausschnitt und es greifen auf einmal trotzdem alle an. Zur gleichen Zeit. Naja, egal. Ich brauche also Runden basiert. Ja, ich bin eher der Fan von Runden basiert. Muss ich jetzt mal so... Habe ich jetzt so die letzten paar Mal eigentlich festgestellt. Runden basiert gefällt mir eher. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach... Es ist einfach schöner. Weil dann hat man wenigstens genug Zeit. Man kann nachdenken. Und, ähm... Ja. Es ist einfach... Es ist einfach gefälliger. So. Dauert dann zwar länger vom Kämpfen her, aber... Ich meine, hier ist ja auch so eine Art Runden basiert, ne? Aber halt nicht ganz. Anders. Es ist anders Runden basiert. Ich weiß erst mal... Ja, ich möchte eigentlich immer noch diesen doofen Diamant haben. Hier ein Diamant. Wo bist du denn? Da ist er. Komm her. Super, wir haben ihn. Lähmarm. Ein Lähmungsamulett wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Aber da lag ein Diamant rum. Was ist es? Schutz vor Lähmung. Okay. Gut. Es passiert halt viel gleichzeitig beim Kampf. Ja, das ist halt bei dem Spiel ein bisschen problematisch. Gerade wenn es, wie gesagt, so viele Gegner sind. Also wenn es halt mehr als drei Gegner sind und alle gleichzeitig angreifen können, ist es halt echt unübersichtlich. Das muss man wirklich nur mal sagen. Da, äh... Beißt die Maus keinen Faden ab. Halt. Das war falsch. Ich wollte keinen... Keinen... Ich wollte hier auf Feuersäule... Ah, ich hab gerade durcheinander. So, mach ich mal auf den hier. Ich glaube, der ist da am besten geeignet dafür. Und mit ihr... Ach nein. Ich wollte Heilung machen. So. Gut, okay. Einmal geheilt. Das ist gut. So, dann müsste es jetzt Fener dran sein, genau. Einmal Feuersäule auf die blöden Schlangen. Aber theoretisch wird das alle treffen. Finde ich gut. Jo, und sie haben auch ordentlich eine von Dates bekommen. Justin. Justin, mach bitte nochmal Brenne auf die mittlere Schlange, weil eventuell schaffen wir es, dass die Schlangen alle tot sind. Die Käfer natürlich noch nicht. Ach, Mist. Es reicht nicht. Ist zu weit weg. Okay, na gut. Immerhin ist eine tot. Ist ja schon mal besser als nicht. Au. Hör auf. So. Deutschstufe erhöht. Lügel so nah. Ey, hör auf die anzupopeln, du Penner. Ich verstehe nicht, warum da beide Mädels immer einen auf den Deckel kriegen bei dieser Attacke. Das ist ja eine sehr seltsame Attacke. So. Justin hat gelernt Schockwelle. Oh, schön. Sehr gut. Wir haben, äh, offensichtlich genug mit der Keule zugeledert. Sodass wir einen neuen Move gelernt haben. Finde ich gut. Finde ich gut. So. So. Das gibt. 163 Gold und 113 Erfahrungspunkte. Das kann sich doch sehen lassen. Ja, und wenn wir die immerhin schön alle mitnehmen, dann kriegen wir auch schnell Level ab. So. Es fehlen nämlich jetzt nur noch 251 bei Sue. Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Ich glaube. weiter geht's. Äh, hier ist viel grün. Hier komme ich aber nirgendwo durch, wie es aussieht. Oder doch. Hier komme ich nicht. Hä? Hier komme ich doch nicht durch. Was ist das jetzt? Brauche ich jetzt ein Rasenmäher oder was? Ach. Ach ja, stimmt. Hier unten gab es ja auch nochmal zwei Viecher so. Genau, genau, genau. Richtig, richtig, richtig. Pupp ich dich. Erstmal. Oh, dass die immer diese blöden Metallkäfer dabei haben. Mann. Finde ich nicht gut. Finde ich überhaupt nicht gut. Heuler. Reichweitenangriff. Starke Windklinge. Okay. Reichweitenangriff. Klingt doch schon mal gut, oder? Probier's mal aus. Ich kenne diese Attacke noch nicht. So, mit Fena würde ich ganz gerne nochmal nicht die Feuersäule machen, weil ich sie nicht machen kann. Aber Fena kann auch heilen, habe ich gerade gesehen. Das war mir entfallen. Stimmt, aber ich hatte ja das letzte Mal diese Wasserattacke gegeben, ne? Deswegen kann sie das offensichtlich. Oh, das sieht aber gut aus. Schöner Flächenangriff. Aber wieder die blöden Metallkäfer nichts gegeben. Ah, sie kriegen da keinen Schaden dadurch. Ja, das sah doch gut aus. Mensch. So, er hat ja auch eine neue Technik bekommen. Schickwelle. Ich mach mal die Schickwelle. So, mach einmal Schickwelle. Hä? Hier geht's! Nice! Nettes Teil! Das war echt nicht schlecht. Alle Gegner geplättet, bis auf den einen Metallkäfer, weil der lag irgendwie nicht im Range. Ja, super. Jetzt greift er wieder an. Ah, hör doch auf, du Penner. Au! Jetzt haben alle was abbekommen. Ist ja interessant. Okay, und er hat die Attacke gecontert. Aha. Ja, okay. Offensichtlich ist dieses so nah ein Move, der auf nahe Leute geht. Also, wenn meine Leute nah beieinander stehen, aber kann nicht sein, die standen jetzt bisher eigentlich immer ein bisschen weiter auseinander. Komische Attacke. Naja, egal. So, hier ist auf jeden Fall ein Wegpunkt. Okay, und der sagt mir, dass ich hier lang muss. Nein, sagt er nicht, aber ich weiß es, weil ich jetzt hier lang muss, weil alle anderen Wege bin ich schon gegangen. Und hier nehme ich einmal das Geld mit. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Geld ist immer gut. Besonders, wenn man es hat. Lichtbergspitze. Sehr gut. Dann sind wir zumindest zu dieser, durch diesen Fußdingens durch. Lichtbergfuß, oder wie es hieß. Oh, guck mal. Oh, hier kann man auf den Wald unten schauen. Ist ja cool. Aber schade, dass das jetzt hier nur so eine blöde, flache Textur ist. Oh. Schätze. Ganz viele Schätze. Oh. Oh, Lebensdrang. Ich hätte nie mal einen gekauft. Ich gehe kaputt. Ich hätte so ein Ding nicht kaufen brauchen. Ach. So, nochmal. Naja, egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall fünf Stück davon. Okay. Was ist das? Das ist eine Falle. Oder? Ne, ist eine Peitsche. Wo liegt hier eine Peitsche rum? Hä? Ne, Nebelpeitsche? Aber, 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 aber warum? Einfach so? Hä? Wie seltsam ist das denn? Hier ist noch eine fette Kiste? Hä? Wieso werde ich denn jetzt hier gerade so belohnt? Ich kriege doch bestimmt gleich wieder tierisch auf den Sack. noch so ein diamanten dingens licht amulett noch mal das heißt auch darauf achten wenn monster die sternchen drum haben dann machen die einen speziale angriffen wenn den speziale angriffen machen kann ich ja trotzdem nichts dagegen machen also wenn sie angreifen greifen sie halt an darf ich nochmal speichern nein das speichern dauert zu lange da müsste ich wieder bis zurück ins dorf ich würde hier gerne mal raus zoomen damit ich mal diesen stein da in gänze drauf bekommen aber vielleicht kriege ich ihn jetzt gleich gleich drauf hier ist der krug mit dem nektar nun wird das gotteslicht und segnen unser ziel ist das ende der welt es wäre schwer für uns jetzt aus dem dorf luk geworfen zu werden okay lasst ihn uns mitnehmen götter nektar mitgenommen das ist alles ich sollte nur diesen doofen nektar holen ok ok soll ich den irgendwie nehmen wo ist denn jetzt hat den zu naja zu hat den nektar verdorf also ganz ehrlich hier passiert doch gleich irgendwas oder also irgendwas wird gleich passieren ich kriege doch nicht so viele sachen geschenkt einfach so ähm sind die gegner gerespawnt offensichtlich nicht verstehe ich jetzt gerade nicht selten ah ok doch sie sind gerespawnt wie es aussieht ja und ich bin im hinterhalt weil ich an den vorbei rennen wollte und sie mich trotzdem erwischt haben ah blöde tarantula oh gott das könnte jetzt böse enden für sue bitte nicht auf sue gehen bitte nicht auf sue gehen das wäre schlecht bis äh scheiße so ok sue muss einmal heilen sie kann nicht heilen mist ähm wir brauchen ein item halt verwirrung zp zp halt verwirrung er wird gefallen ok ich kann offensichtlich mit ihren niemanden gerade heilen deswegen muss ich angreifen egal was passiert so ein hundi ist schon mal tot und er macht sein blödes sonar und es haben wieder alle abbekommen ich verstehe diese attacke nicht die ist mir echt ein rätsel so justin mach mal den blöden käfer da tot dann könnte ich nämlich teo ähm klappt nicht ok na gut äh ich muss auf jeden fall trotzdem heilen äh hier einmal heilen ach ich kann immer nur einen heilen damit ok mit dem rara kann man mehrere heilen und mit dem normalen heilen kann man nur einen heilen alles ok das ist vollkommen ok gib 30 hp wieder zurück au 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 das war nicht so doll so gleich mal das Viech hier plätten hörst du jetzt auf lass meine Fähne in Ruhe du mieser Käfer so Klebstoff ach man jetzt hat er mich wieder gekontert tech aus ah blöde Spinne ich mag Spinnen nicht weiß schon warum ich Spinnen nicht mag so oder so ich mag sie einfach nicht ähm ja Fähne kann heilen oh hallo Marcel einen schönen guten Abend na wie geht's dir die Wasserzauber löffeln ja auch nur das richtig genau na na Herr Pinselmann weiß nicht warum aber Pinselmann ist mir gerade eingefallen wegen Zeichen und so dachte ich egal äh ja ok ähm ich gehe wieder zurück ins Dorf dann kann ich mich wenigstens heilen ich habe jetzt den Nektar und offensichtlich brauche ich auch nicht mehr weil wir haben jetzt den göttlichen Segen erhalten guck mal ein wenig müde aber sonst geht's wieder zu viel gezockt hä ja sei dir gegönnt es ist nur der Neid der sich bei mir breit macht du hast die Angst vor Spinnen irgendwie verloren ok was heißt Angst also ich sag mal diese kleinen poplichen Spinnen die jucken mich auch nicht also ne da habe ich jetzt eigentlich auch nicht so die Probleme mit aber wenn es große Spinnen oder so sind denke ich mir dann halt so ne Herr Pinselmann sagt ja ob ich damit gegen Amaterasu konkurrieren kann bestimmt 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 ähm ich such grad mal das Haus des Ältesten was bist du flauschig wen hast du das jetzt gefragt Frau Scharpin hm so gehen wir mal zum Haus des Ältesten schönen guten Tag werter Herr ne ihr habt den Nektar des Gottes des Lichtes wirklich hergebracht dann habe ich keine Wahl ihr müsst jetzt alle von dem Nektar trinken hä den Nektar trinken wenn der Nektar in eurem Mund fließt akzeptiert der Gott des Lichtes euch als Leute von uns ihr könnt die Schale einfach an die Lippen nehmen ohne zu trinken es ist symbolisch gemeint das ist alles oder macht es einfach auf eure Weise das ist euch überlassen ähm 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 ich kann ihn nicht benutzen hä will ich nochmal mit ihm quatschen könnt die Schale einfach an die Lippen nehmen ohne zu trinken hm lass uns einfach so tun als ob so ja der Gott des Lichtes akzeptiert euch jetzt als Leute von uns dennoch was sprich doch meinen ganzen Sätzen Junge bitte hört auf meinen Rat und gebt eure Pläne auf verwerft eure unvernünftigen Ideen Moment was ist hier los unvernünftige Ideen ich habe von Rem gehört dass ihr das Ende der Welt überqueren wollt um dies zu tun müsst ihr aus dem Nebelwald der sich scheinbar endlos um uns erstreckt das stimmt funktioniert die nebelauflösende Nuss hier nicht wir bräuchten etwas in der Art hm diese Nüsse sind sehr wertvoll wir haben nur wenige hier im Dorf sie können nicht so einfach fortgegeben werden hört auf mich und lasst euren Plan fallen Mann das nervt alles was uns gesagt wurde ist bitte geht mach dies nicht junger Mann du bist sehr grob wir sind nicht nervig die nebelauflösenden Nüsse sind äußerst wichtig für uns als Bewohner des Nebelwalds sie sind Schätze die unseren Ahnen vor was sie sind Schätze die unsere Ahnen vor den Ikariern bekamen die Ikaria sagt er ihr meint die Ikaria aus den Angelou Legenden Sir bedeutet das dass die Legende von Angelou hier in Luke erzählt wird bitte wir wollen alles darüber hören oh nun ich denke ich kann sie schon erzählen es ist eine lange Geschichte laut einer alten Geschichte dieses Dorfes war die Welt einst in Licht getaucht eine glorreiche Welt die Ikaria wurden beschützt sie wurden nicht alt oder krank es war eine friedliche Welt sagten sie dann stahlen unsere Ahnen die Schwingen der Ikaria da sie auch Ikaria sein wollten aber dies war nicht natürlich für Leute die nie Schwingen hatten und als unsere Ahnen die Schwingen auf dem Rücken trugen wurden sie schwarz und schimmerten die Sonne äh schirmten die Sonne von diesem Dorf ab die Pflanzen starben zuerst dann die Tiere wir verloren fast das Licht der Hoffnung es war grausam damit die Dunkelheit sich nicht ausbreiten konnte bauten die Ikaria einen hohen Trennwall dieser Wall das ist das Ende der Welt oder? ja der Wall bedeutet dass unsere Ahnen in der Welt auf dieser Seite des Walls verblieben die Ikaria waren jedoch so nett unseren Ahnen einige besondere Nüsse hinzuwerfen die die Dunkelheit aufheben obgleich die Dunkelheit durch Nebel ersetzt wurde verwenden wir seither die nebelauflösenden Nüsse um uns im Wald zurecht zu finden ohne diese könnte das Volk von Luc nicht durch den Nebelwald gehen wow ihr bekam die Nüsse von den Ikariern jetzt will ich so sogar noch mehr und was passiert mit der Welt auf der anderen Seite des Walls? heutzutage ist die Welt auf der anderen Seite noch immer fröhlich und glücklich es heißt wenn wir sterben gehen unsere Seelen auf die andere Seite ins alte Land des Glücks hm was für eine geheimnisvolle Legende also euch ist es wirklich ernst mit den Erklemmen dieses Walls? bitte hört auf mich und lasst es niemand ist je von dort zurückgekehrt bitte ruht euch aus wenigstens einen Tag ihr könnt im Haus von Rem bleiben Rems Eltern würden euch gerne danken für die Rettung ihres Sohns ich bin hundemüde wie steht es mit dir Justin? ja wir ruhen uns heute mal aus warum nicht? bitte geht zum Haus von Rem dort erwarten euch Rems Eltern ruht euch ein wenig aus ok mach ich